So ein cooler Grader. Heute bauen wir eine Straße. Und dazu habe ich heute einen neuen Grader. Eine ganze Straße kann der aufreißen. Jetzt lasse ich den Erdhubel runter. Vielleicht muss ich hier nochmal ein Loch haben. Das ist fester Sand. Vielleicht muss der mal Spitzen ausfahren. Hier muss der Wacker nochmal Sand wegräumen. Hier ist eine Wurzel drin. Glaube ich. Das wäre das von Caterpillar. Der muss mal den Sand hier wegmachen. Ich drehe den Erdhubel da hoch. Jetzt reißt er die ganze Straße auf der Grader. Vielleicht muss er da mal die Steine wegkrattern. Dann muss er sich noch für Upgradern. Der Grader hat so viel Funktion. Vielleicht kann ich das als Rohr benutzen. Was ist das hier? Dann muss er so hier weg. Weil hier müssen Rohre verlegt werden. Unterm Sand. Genau hier muss ich da mal Seitenwände aufreißen. Vielleicht muss ich das mal mit meiner Schaufel glatt machen. So, das müsste reichen. Das ist schwer. Mit dieser schweren Ladung. Lauf da. Unser neuer Autostrassen ist fertig. Schwerenland. Schwerenland. Das gibt's kein Wunsch. Lauf. Untertitelung. Uplat.